Wie startet man eigentlich Amazon FBA mit 100.000 Euro, was genau ist da das Vorgehen, weil sich das Ganze grundsätzlich unterscheidet von, ich sag mal, wenn man jetzt mit 6.000 Euro startet, mit 15.000 Euro startet, mit 10.000 Euro startet und es doch immer mehr Leute gibt, die natürlich auch jetzt in diesen Markt reingehen, vielleicht vorher schon selbstständig sind, ein Unternehmen haben oder einfach etwas mehr Kapital zur Verfügung haben, wirklich diese Chance erkennen und dort, ja, sozusagen sich ein erfolgreiches Unternehmen aufbauen wollen. Deswegen dieses Video heute, ganz kurz ist es im Grunde genommen egal, jetzt ob man 100.000 hat, 200.000 hat, 70.000 hat, 50.000 hat, wichtig ist es ein mittlerer, höherer, 5-stelliger oder 6-stelliger Betrag und, ja, ich sag mal, der grundlegende Aufbau des Businesses erfolgt aus dem Grund anders, weil man sehr viel mehr Wert darauf legen muss, mit seinem Kapital besser zu haushalten. Was man nämlich nicht machen sollte, ist zumindest, wenn man jetzt unerfahren ist, hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe jetzt hier 100.000 Euro zur Verfügung und ich nehme jetzt diese 100.000 Euro und investiere die sofort direkt in ein Produkt oder in 10 Produkte, ich starte sofort ganz viele Produkte, startet ganz viele verschiedene Projekte sozusagen, das ist nämlich eine Sache, die sollte man auf gar keinen Fall tun. Am Ende des Tages, sag ich immer persönlich, bevor man ja etwas ganz häufig macht, also skaliert, sollte man es ein, zwei, drei Mal wirklich erstmal in Anführungsstrichen etwas langsamer, aber dafür hundertprozentig richtig hinbekommen haben. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass wenn du irgendwo in diesem Bereich über eine Summe Kapital verfügst, dass du hingehst und vielleicht sagst, hey, pass auf, ich nehme jetzt mal 15.000 Euro davon und investiere die in ein Produkt. Dieses Produkt machst du jetzt erstmal komplett, du lernst alles kennen, du gehst die einzelnen Schritte und du eignest dir wirklich dieses Know-how an. Du sammelst Verständnisse, du begreifst Sachen, das ist ganz normal am Anfang, du wirst nicht alles perfekt können und das Ganze machst du vielleicht ein, zwei, drei Mal, bis das Ganze wirklich fest bei dir verankert ist und dann hast du ein Fundament geschaffen, dann verdienst du schon mal gut Geld, ja, es kommt schon mal gut Geld rein, dann hast du vielleicht, keine Ahnung, 20.000, 25.000 Euro oder sowas investiert insgesamt und dann, wenn du dieses Fundament hast, dann kannst du losgehen und sagen, so, jetzt habe ich den großen Vorteil und kann viel schneller skalieren. Jetzt habe ich das dreimal gemacht und jetzt will ich das Ganze 10 Mal, 20 Mal, 30 Mal machen, um ein richtig großes Unternehmen aufzubauen. Ja, es gibt Amazon-Händler, die machen Millionen Umsätze jeden Monat. So, umso mehr Kapital du zur Verfügung hast am Anfang, theoretisch, desto besser ist deine Ausgangssituation und desto schneller kannst du später skalieren. Der Anfang selbst sollte aber auf keinen Fall so aussehen, dass du dein ganzes Geld nimmst und auf ein Projekt draufschmeißt und sagst, hey, pass auf, das muss jetzt funktionieren und ich mache das noch und das noch und das noch, weil das, was ich schon oft gesehen habe bei Leuten, die so vorgehen, ist, dass dann, ich sage mal, vielleicht bei 10 Produkten der gleiche Fehler in jedem einzelnen Step gemacht wird und dazu führt, dass alle Produkte nicht erfolgreich sind und man dann natürlich einen viel größeren Betrag verliert, dass, wenn man es jetzt nur einmal machen würde, dann diesen Fehler erstmal ausbessert und bei den anderen neuen Sachen richtig macht. Und es ist einfach grundsätzlich, glaube ich, so, dass man gerade auch am Anfang und auch in dieser Marktphase, in der wir uns mittlerweile im Online-Handel befinden, etwas mehr nachdenken muss, okay, wie baue ich mein Unternehmen richtig auf? Weil, was nicht passieren darf, ist, dass man dann 10 Produkte hat, die alle so halbwegs gut funktionieren und nach 6, 7, 8 Monaten irgendwelche Leute in diesen Markt reinkommen, eventuell dich kopieren, eventuell deine Produkte sehr stark nachmachen oder es kommen einfach ganz viele neue Marktteilnehmer rein und dein Business funktioniert nicht langfristig, deine Produkte funktionieren nicht langfristig. Deswegen von Anfang an schon hinzugehen und zu überlegen, okay, wie schaffst du es wirklich, auch im Online-Markt natürlich dir so eine Art Stammkundschaft aufzubauen? Wie schaffst du es online, eine Art Marke aufzubauen, wo Kunden wirklich zu dir kommen, immer wieder zu dir kommen, wo du mehrere Produkte vielleicht sogar mal in einem einzelnen Bereich auch hast und die Leute kaufen beispielsweise erst ein Zelt von dir, dann kaufen sie eine Campingmatratze von dir oder sie kaufen eine Aktentasche von dir, dann kaufen sie Schuhe von dir, hier kaufen sie ein Jackett von dir, was auch immer. Völlig egal, aber dass du sozusagen wirklich was schaffst, was man nicht so einfach kopieren kann. Und deswegen mein Rat wirklich, geh hin, mach erstmal vielleicht zwei Produkte mal mindestens, lern das ganze Thema, eignen dir das Know-how an, dass du wirklich sozusagen Erfahrungen hast und dann 100% rein. Wenn du diesen Cashflow hast, das ganze positiv läuft, du gut Marge verdienst, du es verstanden hast, dann kannst du reingehen, dann kannst du anfangen zu skalieren. Hatte du übrigens mit so einem Kapital, das ist auch ganz cool, kannst auch viel schneller dann Expansionen vorantreiben, beispielsweise in Europa, in die USA und so weiter und so fort. Und da kommt letztendlich dieser Vorteil erst zur Geltung. Das heißt, wenn du mehr Kapital hast, hast du vielleicht gar nicht im ersten Moment, in den ersten drei, vier, fünf Monaten einen großen Vorteil, sondern eher nach hinten raus, dass du dann nämlich, sobald du gesehen hast, hey, es funktioniert, dann kannst du halt relativ schnell weiter skalieren oder aber natürlich auch einfach mal größere Projekte vorantreiben, vielleicht mal ein eigenes Produkt entwickeln, aufwändigeres Marketing fahren und so weiter und so fort. Und dann hast du einfach in diesem Markt auch wirkliche Vorteile. Aber ganz am Anfang würde ich jetzt nicht unbedingt hingehen und sagen, hey, ich habe neulich mal mit jemandem gesprochen, der meinte, ich habe 280.000 Euro zur Verfügung, was soll ich jetzt damit machen, wie viele Produkte starten wir gleichzeitig und so weiter und so fort. Und ich sage, hey, pass auf, lass uns jetzt erstmal zwei Produkte erfolgreich aufbauen. Die haben wir jetzt auch mittlerweile gestartet. Und dann, wenn diese zwei Produkte laufen, dann gehen wir rein und skalieren das Ding richtig schön hoch. Und das ist auch der Tipp, den ich dir geben möchte, was meiner Meinung nach einfach extrem sinnvoll ist. Also, wenn du dich dafür interessierst, dass wir dir bei diesen ersten Produkten dabei helfen, dieses Fundament für dich, dein Unternehmen, Prozesse und Strategien da reinzubauen, dass wir das Ganze mit dir aufbauen, dann melde dich gerne unter www.fp1.de, trage dich ein für ein Erstgespräch. Wir schauen uns mal an, wo du stehst, wie wir dir helfen können, ob wir dir überhaupt helfen können und würden dich dann gegebenenfalls intensiv beraten und dir dabei helfen, deine ersten Produkte erfolgreich aufzubauen und natürlich auch später dein Unternehmen dann zu skalieren. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.